hallo meine lieben so wie versprochen hier habe ich ein wunderschönes blättermuster ich habe den ärmel fertig einen und bei dem zweiten nehme ich euch mit im mustersatz das ist mein erster ärmel das ist jetzt mein vorder beziehungsweise rückenteil ich glaube ich mache beide ausschnitte gleich da habe ich die mittleren 21 maschen abgekettet dann habe ich noch mal drei und zwei mal zwei scheint mir der bisschen zu hoch aber wenn ich das beide seiten mache ich glaube dann kommt das gut aus was nehme ich das habe ich euch schon gezeigt auf der community oder in der community und zwar nehme ich das jetzt doppelt ich nehme einmal von lanagrossa die citro und zwar ist das 100% baumwolle und hat 115 meter lauflänge das ganze nehme ich mit dieser schönen seite und zwar ist das 58 prozent woher und 42 prozent seite das ganze hat 310 meter lauflänge und ich denke ich habe mir zwar vier stück gekauft dass ich mit drei knäudeln hinkomme ich habe für mein ärmel müsst ihr immer so wie ihr das möchtet ich habe 32 maschen angeschlagen dann gucke ich wie ist mein rapport mein rapport hat 18 maschen und nach 18 maschen kommen hinterher noch zwei linke am rand und ich brauche zwei randmaschen das ergibt dann eine maschenzahl von 40 maschen ich muss immer mal wieder zu mein handy gucken aber jetzt ist ja noch alles gut das heißt ich habe bei 32 maschen acht maschen zu wenig ich nehme die erste masche ab ich stricke die erste und die zweite reihe so dass es dass wir ein rechtes maschenbild haben die erste nehme ich noch nicht zu die zweite auch nicht aber dann nehme ich eine zu ich steche immer unten rein und verschränke die hintere masche so habe ich keine löcher das mache ich jetzt vier mal diese seite am anfang zweimal dreimal vier mal stricke ich bis zur anderen seite rüber schau wo meine letzten fünf sind die möchte ich nicht zunehmen aber 1 2 3 4 also zwei rechte kann ich noch einfach so so habe ich eine gleichmäßige zunahme und jetzt nehme ich wieder vier aus meinen rechten maschen zu einmal zweimal 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 dreimal vier mal und die letzten strecke ich rechts ab und die letzte strecke ich rechts ab und die letzten strecke ich rechts ab zwei Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Bärbel, ich komme aus dem Emsland und mache jetzt über zwei Jahre YouTube. Macht mir sehr viel Spaß, es ist super schön gewachsen. Ja, und letzte Woche sind wir Sonntag aus dem Urlaub wiedergekommen und wir waren eine Woche in Büsum und da war ich in einem wunderschönen Handarbeitsgeschäft. Das hieß Glücksmomente und das hat wirklich seinen Namen verdient. Also so ein schönes Handarbeitsgeschäft, hell, freundlich und super, super schöne Wolle. Oh mein Gott, ich dürfte da gar nicht wohnen. So, so schön. Ja, so. Ich versuche... Nicht so viel zu quasseln. Aber manche Sachen muss ich einfach erzählen. Wer das nicht mag, der muss mich ja nicht gucken. Bärbel und mehr. So, jetzt arbeiten wir das Muster ein. Und zwar die Randmasche. Ich gucke wegen meinem Video. Und dann machen wir sofort zwei linke Maschen. Eins, zwei. Jetzt hebe ich eine Masche ab. Dann stricke ich zwei Maschen rechts zusammen. Und die abgehobene ziehe ich drüber. Jetzt brauche ich vier Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt brauche ich einen Umschlag. Eine rechte, ein Umschlag und acht Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt mache ich zwei linke und wiederhole das Ganze. Zwei linke. Eine Masche abheben. Zwei Maschen rechts zusammen stricken. Die abgehobene drüber ziehen. Stricke vier rechte Maschen. Eins, zwei, drei, vier. Ein Umschlag. Eine rechte, ein Umschlag. Acht rechte Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Meine letzten beiden links und die Randmasche rechts. Wir wenden und stricken alle Maschen so, wie sie erscheinen. Zwei rechte. Alles links. Auch die Umschläge. Die in der Mitte nachher sind logischerweise rechts. Die habe ich nachher noch einmal auf wieder drei Maschen ergänzt. Und an den Seiten habe ich immer dann zugenommen, wenn eine Blüte fertig ist. Ich mache immer ganz gerne auf rechts, also da, wo es rechts ist, zunehmen. Ich zeige euch auch gleich, wie ich das meine. Ich stricke jetzt auch einfach alles so weiter. Ihr könnt das ja vorspulen, immer bis zur nächsten Seite. Ich lasse es jetzt einfach so laufen. Mal gucken, was ich euch noch so alles zu erzählen habe. Vielleicht bin ich auch mal ein paar Maschen. Ganz ruhig. So. Dritte Reihe. Erste hebe ich immer ab. Legt meinen Faden rüber. Strickt die ersten beiden links. Hebe wieder eine Masche ab. Strickt zwei zusammen. Die abgehobene wird drüber gezogen. Und drei Rechte. Eins, zwei, drei. Ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Und den Rest auch rechte Maschen. Bis zu den linken. Die links Maschen sind wieder der neue Rapport. Zwei links, wieder abheben, zwei Maschen rechts zusammen stricken. Die abgehobene, die abgehobene wird drüber gezogen. Drei Rechte. Eins, zwei. Ein Umschlag, eine. Also drei, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Bis zu den linken Maschen, alles rechts stricken. Ich hoffe, ihr könnt alles so gut sehen. Zwei linke, zwei linke und die Randmasche stricke ich rechts. Wir wenden und stricken wieder alles, so wie es erscheint. Ganz logisch. So. Ach, Turbonadeln, nein, Turbonadeln habe ich keine. Ich habe ganz normale Nadeln. Im Moment arbeite ich mit der Knit Pro. Lässt sich dieses Garn sehr gut verarbeiten. Rutscht gut. Ich habe eine schöne Spitze. Es liegt meine Turbonadel. Also ich habe noch eine Nadel, die ist schneller, aber alles gut für dieses Video. Ach ja, Nadelstärke habe ich 4,5. Stimmt. Ich habe es gerade gesehen. Und es läuft noch. Wie lange läuft es denn schon? Ach, erst 12 Minuten. Alles gut, Bärbel. Und sonst wären das zwei Videos. So, wir wenden. Handmasche, zwei linke und noch einmal. Abheben, zwei zusammenstricken, die abgehobene drüberziehen und dann haben wir noch zwei rechte Maschen. Eins, zwei, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag, bis nach hinten hin alles rechte Maschen. Hinten meine ich bis zu den linken, bis zum Rapportende. Dann die zwei linken. Rapportbeginn. Eine Masche abheben, zwei Maschen rechts zusammenstricken, die abgehobenen drüberziehen. Und zwei rechte, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag. Und alles bis links stricken, rechts stricken. In der nächsten Reihe kommt eine Blüte dazu. Dann ist die vorderste fertig und die nächste wird eingearbeitet. Wir stricken alles zurück. Wir stricken alles zurück. Aber ich wollte heute unbedingt einen Arm schaffen, damit ich euch das Muster zeigen kann. Und dann kann ich am Wochenende was Neues beginnen. Danke, danke, danke nochmal für eure vielen lieben Kommentare zu den letzten beiden Pullovern. Da freue ich mich immer riesig, wenn ich das lesen kann. So, nächste Reihe. Da kommt jetzt ein neues. Eins endet, die Randmasche, zwei linke, eine abheben, zwei rechts zusammen, die abgehobene drüberziehen. Wir haben noch eine rechte, ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag. Jetzt kommen eins, zwei, drei rechte Maschen. Ein Umschlag, eine rechte, ein Umschlag, vier, eins, zwei, drei, vier rechte Maschen. Eine abheben, zwei zusammen, die abgehobene drüberziehen, meine beiden linken und nochmal das gleiche. Eine abheben, zwei zusammen, die abgehobene drüberziehen, eine rechte, ein Umschlag, drei Maschen rechts, eins, zwei, drei, umschlag, rechts, umschlag, vier rechte Maschen. Eins, zwei, drei, vier, eine abheben, zwei rechts zusammen stricken, die abgehobene drüberziehen und zwei linke Maschen und die Randmaschen. Jetzt gehe ich hin und mache eine Zunahme. Das meinte ich damit. Die Blüte ist fertig und somit brauche ich mir keine Strichliste machen. Ich weiß immer, wenn ich eine Blüte fertig gemacht habe, mache ich eine Zunahme. Ich nehme mir hier wieder aus den Seitenfaden eine Masche raus, stricke die rechts verschränkt ab und rechts. Das mache ich jetzt auch in der Mitte und das mache ich an der anderen Seite nochmal. Da kommen meine beiden. Den rechten, da mache ich aus der nicht. Aus dem Querfaden hole ich eine Masche raus, wieder verschränkt und weiter geht's mit linken Maschen. von derunächst einmal verschwindet, da mache ich ein paar Schritte aus. Eine Bericht. so normal nicht die zweite und verschränkt und die Randmasche und die nächste Reihe läuft noch? läuft noch wunderbar Randmasche jetzt haben wir drei Linke eins zwei drei jetzt strickt ihr neun rechte Maschen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ein Umschlag eine rechts ein Umschlag drei rechte Maschen eins zwei drei hebt eine ab zwei zusammen die abgehobene drüber ziehen drei linke wenn ihr das auch möchtet sonst zwei neun rechte Maschen eins eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ein Umschlag eine rechte ein Umschlag drei rechte eins eins zwei drei eine abheben zwei zusammenstricken die abgehobene drüber ziehen drei linke und die Randmasche zurück wie sie erscheinen und zunahmen habe ich gemacht bis ich eine Maschenzahl von 69 71 Maschen erreicht habe meine Armlänge ist glaube ich ungefähr dreiundvierzig und ich glaube ihr seht schon wo die reise hingeht hinten hatten wir vier maschen rechte letzte runde drei dann haben wir zwei bevor wir die eine haben arbeiten wir wieder vorne eine neue blüte ein Randmasche drei linke jetzt haben wir zehn rechte Maschen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ein Umschlag eine rechts ein Umschlag zwei rechte Maschen eine abheben zwei zusammenstricken die abgehobene drüber ziehen drei linke und noch einmal einmal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn eins 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 zwei eins zwei eine abheben zwei zusammenstricken die abgehobene drüber ziehen eins eins zwei drei eins zwei drei eins zwei eins eins zwei eins und dann eine musterreihe noch und dann beginnt alles wieder von vorne jetzt wird gleich die letzte blüte dahinten beendet und vorne wird wieder eine neue reihe begonnen dann hat man eine reihe wo zweimal das gemacht wird mit den umschlägen dann hat man zwei rein mit acht maschen und neun maschen und neun maschen und zehn maschen wo man nur eine seite die blüte bearbeiten muss ganz ganz einfach einzuprägen und ich liebe ja lesmuster ich könnte mir dieses auch sehr gut vorstellen auf eine schulter das ganze einzuarbeiten beim radlan bei einer rundpasse und so weiter so diese reihe mache ich noch mit euch vielleicht noch einen mehr gucken drei linke und jetzt arbeiten wir das ganze wieder hier vorne das heißt hier wieder eine abnehmen zwei zusammenstricken abheben nicht abnehmen die abgehobene drüber ziehen vier rechte 1 2 3 4 ein umschlag eine rechts ein umschlag jetzt 1 2 3 ein umschlag eine rechts ein umschlag eine rechts eine abheben zwei zusammenstricken die abgehobene drüber ziehen und jetzt ist die seite auch wieder fertig und jetzt ist die seite auch wieder fertig so wechselt sich das dann immer das ganze ab zwei linke zwei linke nein drei eine abheben zwei zusammenstricken die abgehobene drüber ziehen eins 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 zwei drei und vier umschlag rechts umschlag und eins zwei drei rechte umschlag eine rechts umschlag eine rechts umschlag eine rechts eine abheben 2 zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen, 3 linke und dran denken, wir müssen jetzt wieder die Armschrägung eine Zunahme machen. Müsst ihr nicht, ich mache das so. Eine abheben, die nächste verdoppeln. So, dann ist alles fertig, das neue ist drin. Da kommt jetzt die zweite Reihe von dem, was ihr aufgeschrieben habt. Und alles ist gut. Muster ist erklärt. Jawohl, läuft noch. Sehr gut. So. So, diese Reihe noch, damit ihr auf dem richtigen Weg seid. Und 3 linke, oh, Zunahme nicht vergessen. Jawohl, zurück, retour. Kann man auch noch in der nächsten Runde, aber... In der Mitte habe ich jetzt keine Zunahme mehr gemacht. Kann man auch machen, wenn man sagt, ich möchte den Ärmel noch ein bisschen weiter haben, dann nimmt man auch da wieder zu. Das ist immer eine sehr schöne Stelle. So, wir sind wieder bei einer abheben, zwei zusammenstricken, die abgehobene drüber ziehen. Eins, zwei, drei, umschlag, eine rechts, umschlag und jetzt einfach bis hinten hin über die Blüte rüber. Und da entwickeln sich wieder neun Rechte und zehn Rechte und dann passt wieder eine neue Blüte rein. Ich denke, ich brauche jetzt nichts mehr erklären. Es ist alles gesagt. Okidoki, ich mache noch einmal so, ich sage dir immer meinen Spruch, einmal mindestens lachen und lachen mit euch. Ja, das mache ich am liebsten. Und ich zeige euch nochmal eben, was mein nächstes ist. Vielleicht fange ich heute Abend schon mit an. Und zwar möchte ich ein bisschen was kombinieren. Ich möchte einen ganz, ganz großen Kragen machen mit zwei rechts, zwei links. Ich möchte, das kann ich dann ja auch schon mal machen, 150 Maschen anschlagen mit dreieinhalb, obwohl ich auch eine eine viereinhalb unter Fünfer nehmen könnte, dürfte. Aber ich mache das mit einer dreieinhalb, mit meiner Turbonadel und dann nehme ich das, dies kam noch dazu. Und dann möchte ich das so machen, dass ich drei Reihen davon stricke, drei, 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 drei Reihen davon, drei, 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 drei davon. Und morgen oder Sonntag, ich denke schon mal morgen, arbeite ich dann mit euch. Das ganze Muster, was ich mir vorstelle, arbeite ich in einer Grundpasse mit ein. Ich mache jetzt erst mal das Bündchen. Vielleicht sagt der eine oder der andere, da möchte ich mitmachen. Es kommen Zöpfe und ein Lochmuster. Und diese Zöpfe, die werden immer breiter. Ich werde die Zunahmen in den Zöpfen machen. Ich glaube, ich fange mit einem Viererzopf an. Dann mache ich zwei Linke und mache noch einen Viererzopf. Dann kommt ein Lochmuster. Und so wiederholt sich das Ganze. Und ich werde das mit euch morgen errechnen. Ja, morgen oder übermorgen. Erstmal muss ich das Bündchen strecken. Okidoki, ich sage Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und danke, danke an alle, die mir treu bleiben. Und zumindestens den Daumen hoch. Heute hatte ich ganz, ganz viele. Dankeschön dafür. Oder wann war das? Wann war das? Ach ja, meine Strickzeit auf Büsum. Boah, da habe ich ja fast 200 Mal den Daumen hoch. Danke dafür. Okay, und ein großes, schnelles Wachsen. Also im Moment, irgendjemand hat zu mir gesagt, ich glaube, Anja war das? Zu Weihnachten habe ich 3000 Abonnenten. Aber wenn das so weitergeht, ich glaube, dann habe ich das schon im September. Schauen wir mal. Aber der eine oder der andere geht ja auch mal wieder. Okidoki, ich sage Tschüss, eure Bärbel. Macht gut. Oh mein Gott.